In der deutschen oder germanischen Mythologie gibt es viele faszinierende und manchmal gruselige Kreaturen, die in alten Legenden und Märchen zu finden sind. Diese Wesen, von in tief in den Wäldern versteckten Elfen bis zu riesigen, feuerspuckenden Drachen, haben seit Jahrhunderten die Fantasie angeregt und ihre Legenden wurden von Generation zu Generation weitergegeben. In dieser Tradition stellen wir euch jetzt fünf gruselige Kreaturen aus deutschen Sagen vor. Der Nachtalp Der Nachtalp ist eine kleine, hässliche Kreatur, welche nachts durch Schlüssellöcher in die Schlafzimmer gelangt. Wenn der Nachtalp erst einmal im Zimmer ist, befällt er dann bevorzugt schlafende Menschen und Tiere, indem er sich auf sie setzt. Das ruft dann schreckliche Albträume, Atemnot und Angstzustände hervor. Der Nachtalp ist auch der Grund, warum wir im Deutschen besonders schreckliche oder auch traurige Träume Albträume nennen. Im Englischen übrigens auch. Der Alp heißt im Englischen Meer und daher kommt das Wort Nightmare. Die Roggenmume Die Roggenmume ist ein weiblicher Korndämon mit sehr langen Armen und Fingern, aus glühend heißem Eisen. Ihre Brüste sind mit Teer gefüllt. Sie entführt oft kleine Kinder, welche auf den Maisfeldern spielen, und tauscht sie dann mit dämonischen Wesen aus, welche aussehen wie Kinder, aber keine sind. Der Lindwurm Der Lindwurm ist eine Schlangen- und Drachenartige Kreatur, welche in vielen germanischen Mythen und Sagen vorkommt. Lindwürmer haben meist einen langen Schwanz und relativ kurze Beine. Sie fressen Menschen und können äußerst aggressiv werden. Der bekannteste Lindwurm ist wahrscheinlich der Drache Fafnir, welcher aus der germanischen Mythologie entstammt. Im Nibelungenlied wird nur kurz erwähnt, dass Siegfried einmal einen Drachen getötet und in dessen Blut gebadet haben soll, was ihn unverwundbar gemacht haben soll. In Richard Wagners Oper »Ring des Nibelungen« spielt der Drache eine größere Rolle. Am Ende der Oper liefert sich der Held Siegfried einen bitteren Kampf mit dem Lindwurm Pfaffmeer, welchen er am Ende mit einem Dolchstoß besiegt. In Deutschland und Österreich findet man Lindwürmer heute oft noch auf Wappen und Wahrzeichen, besonders von Städten. Besonders schöne Wappen mit Lindwürmern haben zum Beispiel die Städte Lindenhardt oder Klagenfurt in Österreich. Der Aufhocker Der Aufhocker ist ein koboldartiges Wesen oder Geist, welcher Wanderer nachts auf die Rücken springt. Je weiter dieser dann fortschreitet, desto schwerer wird der Aufhocker. Im Endstadium lähmt er seine Opfer komplett. Aufhocker steigen erst wieder vom Rücken ab, wenn die Sonne aufgeht. Sie können sich außerdem in alte Frauen oder Tiere verwandeln, um ihre Opfer zu täuschen. Zuletzt möchten wir euch noch vom Nachzehrer erzählen. Damals erzählte man sich, dass eine verstorbene Person im Grab zu einem sogenannten Nachzehrer werden konnte. Nachzehrer fressen nachts im Grab ihre Kleidung und kauen an ihren eigenen Armen. Man glaubte, dass dies sehr gefährlich für die Angehörigen werden konnte, welche noch am Leben waren. Diese konnten schwer krank werden, während der Nachzehrer aktiv war.